Mein Boot benötigt einen neuen Anti-Fouling Anstrich. Dieses Jahr verwende ich F18 aus dem Bauhaus. Das Anti-Fouling F18 muss angerührt werden. Auf dem Grund befindet sich eine dicke Schicht, die mit der flüssigen Schicht darüber eine homogene Flüssigkeit werden soll. Der Inhalt dieser Dose soll für das ganze Boot reichen. Am besten trägt man Anti-Fouling in einer Schaumstoffrolle auf. Das Anti-Fouling ist dünnflüssig und lässt sich leicht verstreichen. Man darf nicht zu viel auf die Rolle nehmen, sonst kleckert das runter, wie man hier erkennt kann. Aber es deckt mit einem Anstrich ganz gut ab. Ouh. Costa Rica Untertitelung des ZDF, 2020